Warum denn so betrübt? Macht ihr auch das Ende der Welt zu schaffen? Der Gedanke, dass bald alles vorbei sein könnte? Ach nein. Darüber sollen sich mal lieber andere den Kopf zerbrechen. Soll das Ende ruhig kommen. Hier ist ohnehin schon alles erledigt. Tja, ja. Es gibt nichts mehr zu tun. Oh Mann. Willkommen zurück, Freunde. Ich habe mich mal ein bisschen leiser gestellt, damit ihr die Leute im Spiel besser versteht. Wie meinst du das? Es gibt nichts zu tun. Es ist hier sehr still geworden, seit der Boss die Fabrik geschlossen hat. Die Fabrik? Früher wurden hier Perlen gepresst, aber die Produktion wurde eingestellt. Aha. Warum? Nun, der Boss hat sein Ziel erreicht. Zehntausend Perlen. Und jetzt hat er Angst, dass er alles wieder verliert. Am meisten fürchtet er sich davor, dass jemand Kalida weckt. Er ist richtig paranoid. Keinen Mucks darf ich mehr von mir geben. Früher war das anders. Da habe ich die tollsten Arbeiten erledigen dürfen. Ich habe das Nebelhorn im Schreihaus geblasen. Und immer, wenn es Mittag wurde, durfte ich die Glocke läuten. Es scheilte über die ganze Insel. Das Tollste war aber die Arbeit in der Fabrik. Heiße Luft. Dichter Qualm. Und über allem der Lärm wuchtiger Maschinen. Wumms. K-Wumms. Bando. Was ist denn da unten los? Sei gefälligst leise und dann willst du, dass Kalida auch macht. Oh je. Siehst du, was ich meine? Die guten alten Tage sind vorbei. Ach ja. Oh, armer Bando. Ich suche Kalida. Wen suchst du? Kalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte. Lass mich raten. Kalida ist tot oder es gibt sie gar nicht? Nein. Kalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Okay. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Ich sagte es doch schon. Du solltest Kalida lieber nicht stören. Am besten verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht, was? Wecken? Also ist sie ein Morgenmuffel. Na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja. Oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Oh. Glaub mir einfach. Du willst Kalida nicht aufwecken. Hm. Ich bin mir dann langsam auch nicht mehr so sicher. Okay. Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Also das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude? Ja, die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit überall hinzugehen. Hm. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Oh Mann. Seid ruhig. Mach den doch nicht noch trauriger, als er eh schon ist. Wer hat dir das Sagen? Das ist Ruben. Ihm gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Okay. Auf der Bergkuppe? Ja. Ganz oben. Oh. Hey, hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, ja. Schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird. Dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Oh. Auf der Spitze des Berges sagtest du? Ja. Ganz oben. Prima. Danke. Oh Mann. Bis später. Ja. Bis bald. Aber denk dran. Immer schön leise sein. Wie ich. Ich. BANDO! Warte mal. Wenn wir den noch mehr zum Schreien bringen, vielleicht kommt dann der Chef runter. Hallo nochmal. Ach. Was kann ich? Ähm. Wegen der Die gute alte Zeit. Was? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach. Das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. T-T-R-Ä. BANDO! Wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. T-T-R-Ä. T-T-Ä. BANDO! Wie auch wurden wir es noch sagen. Verhalte dich gefällig ruhig. Oh. Diese Zeiten sind vorbei. Der hat ein ganz schönes Organ, der Mann. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach. Das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir. Der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam. Boom. Sieh her, Mutter Natur. Hier wird mit Moskel und Maschinenkraft ein Meisterwerk übertroffen. BANDO! Ich nahe dich! Wir machen Fortschritte. Nichts hält ewig. Oh. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach. Das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. DONG! DONG! Hört her, Bewohner des Sees! BANDO! Sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! DONG! 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 BANDO! Nur eine weitere Störung und ich drehe durch! Es funktioniert! Aber das war ein... Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Du könntest Marktschreier werden. Marktschreier? Wow. Ich wollte schon immer Marktschreier werden. Schon als Kind mit einem Korb voller Birnen lief ich durch das Dorf und pulte. ÄPFEL! 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 Dem tollkühnen Marktschreier! ÄPFEL! ÄPFEL! BANDOs explodierende ÄPFEL! BANDO! Ich hab die Nase voll von deinem Lärm! Oje! Ich muss wohl lernen, wo meine Grenzen sind. Du könntest Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen und ich habe das Talent. Die Frauen lägen mir zu Füßen und die Männer beneideten mich. Ein Glas. Nach dem nächsten würde ich zersingen. Operngläser. Wassergläser. Ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. BANDO! Muss ich denn immer erst wütend werden? Banause! Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe. Ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Hm. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressur-Nummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Was zu? Doch eintun! Und du kommst wieder in die Kammer. Was zum Teufel ist denn dort los? Nichts, Ruben! Er will der Löwe sein. Jetzt habe ich es kapiert. Du könntest in den Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und wer könnte das besser als ich? Pflasterstein für Pflasterstein müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt! Diese Insel hat schon bald eine neue Straße. Und der Straße wird eine Brücke folgen. Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona. Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren. Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister. Hip, hip, hurra! Bando! Ich verliere allmählich die Geduld mit dir. Oh, oh. Da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Okay, Freunde. Das ist unsere letzte Option. Du könntest Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Alle würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Bando! Ich höre sie schon rufen. Bando! 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 Gib endlich Ruhe! Bando! 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 Oh Mann! Bando! Bando! aber einen Zahn. Die Tür machen wir mal wieder mal zu. Weil da ist meistens irgendwas dahinter. Das Loch ist dunkel und leer. Wie meine Zukunft. Oh. Sieh mal, Spot. Hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auf ewig bei mir wohnen? Hey, eine Leiter. Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah. Aha. Okay, Schlüssel geht nicht. Schau mal, was hier so los ist. Wo denn dieser Ruben rumhängt. Oh. Axt. Okay. Schalter. Hm, nichts. Mechanismus. Hm, hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Geh mal weg, das Bot. Da ist was hinter dir. Da ist es doch. Ah, das ist kaputt. Okay. Tür. Das ist eine Tür? Echt? Seltsam. Ich sehe keine Klinke. Na mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Okay, Schrank. Ah. Huch. Hallo, bist du süß. Was war das? Ein Vogel? Ja. Was hat der denn hier drin verloren? Vielleicht ist das ja Kalida. Lea, wenn es irgendetwas da drinnen gab, dann hat das der kleine Vogel wohl aufgefressen. Ja. Stop, stop. Mein Kopf fühlt sich an, als sei er in so einen hier eingespannt. Oh. Wie wäre es damit? Aha. Schon mal etwas. Mein Kopf fühlt sich... Nein. Das Zahnrad ist kaputt und nutzlos. Wie ich. Oh. Serdi, was ist nun los mit dir, kleiner Mann? Wer könnte denn da wohnen? Mausenloch. Vielleicht wohnt da jetzt das Hühnchen drin. Das Loch ist dunkel und leer. Wie meine Zukunft. Hm. Nee, kein Hühnchen. Irgendwann wird auch die welken. Hm. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Oh je. Okay, also da hängt ein Schlüssel und da ist noch eine Blume. Was haben wir hier oben? Das untere Haus dürfen wir auch nicht vergessen. Okay. Da oben brennt Licht. Mehr kann ich von hier aus nicht erkennen. Aha. Da oben. Eindeutig. Wir schlafen alle. Oh, ein Haustier. Stuhl. Fenster. Uhr. Schweinekopf. Bär. Bilder, Bilder, Bilder. Bilder, Bilder. Schreibtisch. Ruben. Ach, das ist Ruben. Okay. Schau ich mal, ob wir vorbeischleichen können. Nein. Nee. Oh. Hm? Was? Wo? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Ähm, aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja? Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Mhm. Da hat offenbar jemand Bilder von der ganzen Insel gemalt. Die Unterschrift ist kaum zu erkennen. Aber ich glaube, es heißt Marquis de Hulle. Hm. Da hat offenbar die Unterschrift... Aber ich... Da hat offenbar die Unterschrift... Aber ich glaube... Da hat offenbar die Unterschrift... Aber ich... Hm. Alles ist, ähm, dasselbe. Das sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben. Ich habe mal gehört, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Das stimmt. Die Gelehrten nennen unsere Welt Silenz. Ich nenne sie Hort der Sinnlosigkeit. Oh. Fass meine wertvolle Einrichtung nicht an. Das sind alles Sammlerstücke. Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Dieser Stuhl steht hier offenbar nur zur Zierde, dass... Und um Besucher zu verspotten, die gezwungen sind zu stehen. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, wie ich es mir dachte. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ben. Vor allem hat er einen Ring in der Nase. Heißt das was? Hm. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer so blamieren? Hehehe. Hey! Pfeif dein Haustier zurück! Es sabbert mir noch den ganzen Teppich voll. Also, irgendwie hat Bando was damit zu tun, dass wir hier durchkommen. So viel ist schon mal klar. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Hm. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja. Ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja. Wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? Ah. Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier Abertausende Perlen gepresst. Um genau zu sein. Keine mehr. Oh. Und was viel wichtiger ist. Keine einzige weniger. Eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle. Alle 10.000. Sorry, den habe ich jetzt mal kurz unterbrochen. Warum lässt du nicht noch mehr Perlen machen? Was soll denn die Frage jetzt? Ist du wirklich so dumm oder gehört das zu deiner Clowns Nummer? Wozu in aller Welt sollte irgendwer mehr als 10.000 Perlen benötigen? Mehr als 10.000 Perlen. Da hört sich einer den Spinner an. Hm. Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown. Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen. Und das ist mein voller Ernst. Hm. Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach. Ignorier diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er der ganzen Welt zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lass ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und wenigstens hält er die Jackis fern. Was sind Jackis? Merfige Viecher. Diese fliegenden Nager haben mich schon ein ums andere Mal den Schlaf gekostet. Du würdest dich bestimmt gut mit ihnen verstehen. Die sehen immerhin auch nicht alberner aus als du. Gott sei Dank trauen sie sich nur selten auf diesen Teil der Insel. Sie scheuen das Licht. Was man von dir leider nicht behaupten kann. Dieser Vogel war bestimmt ein Yaki. Hinterer Teil der Insel? Ja. Wir gehen da nicht mehr hin. Und die Tür ist außer Betrieb, seitdem die Fabrik stillsteht. Du kannst ja gerne einen Weg dahin suchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser scheint mir die Idee. Du würdest sehr gut auf die andere Seite der Insel passen. Zu Mulachai. Zu den Yaki's. Und allen anderen Dingen, die wir auf dieser Seite der Insel nicht mehr haben wollen. Tja. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Kalida? Nein. Er heißt Kerik. Ein schöner Name. Kerik und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Kerik kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Oh, dann lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Kerik ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass ich hier kein Gesinn rumtreib, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Ich hab da so einen Plan, Freunde. Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähl ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Jackies, die Maschinen der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein, es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte, bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf. Wie kannst du nur so untätig sein? Die Welt ist in Gefahr. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Weltverbesserer. Warum steht die Welt denn wohl im Abgrund? Doch nur, weil ständig irgendwer irgendetwas verändern will. Wenn alles bleibt, wie es ist, dann passiert auch nichts. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Passt auf einen einzigen Bogen Papier. Hm, der hat gar nicht mal so Unrecht. Die sicherste Lösung, die Welt zu retten, wäre, das Spiel einfach auszuschalten. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt? Was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lasse ich dich umgehend von Bando an die Jackis verfüttern. Ich habe noch mehr Pläde. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Hm. Oh, was ist denn hier drüben? Auch cool, aber da kommen wir gar nicht hin. Aha. Bando macht Lärm. Der regt sich auf. Hm. Dann ist das hier wahrscheinlich die Fabrik. Sieht zumindest aus wie eine Fabrik. Ratsch. Ein Ratsch. Wofür das wohl gut ist? Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Sie sind aus. So lässt sich da gar außer für... Hm. Oh, ein Feuerstein. Gut. Ich meine, wir haben zwar Spot, um Sachen anzuzünden, aber in Ordnung. Hm. Da waren wir jetzt... War jetzt hier Bando? Nee, Bando war jetzt drüber. Hm. Verschlossen. Ah, dafür ist der Schlüssel dann da. So, ein Feuerstein, eine Achsenhaken und eine kaputte Schaufel. Ähm, wartet mal die Axt vielleicht für das Seil. Dann könnten wir die Glocke läuten. Weil da fehlt ja das Glockenseil. Nun, wie kriegen wir das überhaupt da hoch? Und wie komme ich denn weiter? Ah, jetzt. So, die Axt. Hier irgendwo war doch ein Seil. Nein, 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 nein. Die Axt ist dafür viel zu wuchtig. Bei meinem Talent bringe ich noch die ganze Brücke zum Einsturz. Oh Mann, Sadwig. Huch, wieso sind die Kerzen eigentlich wieder an? Ah, der Mönch hat die scheinbar wieder angezündet. Das ist gut. Hm. Hier steht etwas eingraviert. Halida hat Ohren im Wasser. Aha. Hm, Bando. Bando ist, glaube ich, jetzt das Rätselslösung. Denn wenn wer ganz viel Krach macht, dann nervt das den Chef. Hi, Bando. Ah, da ging es zu diesen Zahnrädern. Da kommen wir derzeit, glaube ich, nicht weiter. Glaub nicht. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos. Wie ich. Bando. Hallo nochmal. Ach, das kann ich... Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Äh, nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein.